Es ist immer Zeit für Challengers. Kann ich in Mario Kart 8 Deluxe ein Rennen gewinnen, wenn mein Team nur Bananen und das gegnerische Team nur triple rote Panzer bekommt? Und los! Ich muss gleich am Anfang irgendwie nach vorne kommen und mich dann mit Bananen immer verteidigen. Ja, hervorragend. Ein etwas missglückter Start, aber jetzt bin ich erster. Aber neben mir ist Link, der drei rote Panzer hat. Wie soll ich an dem jetzt vorbeikommen? Oh nein. Okay, letzte Runde. Ich muss jetzt irgendwie Link überholen. Oh, der wirft den roten Panzer nach hinten auf mich. Das gibt's ja nicht. Okay, jetzt bin ich vorbeigezogen. Und jetzt Doppel-Item. Okay, das ist die letzte Kurve jetzt und ich hab zwei Bananen zum Schutz. Leider hat Link aber drei Panzer. Da kommt einer. Aber es war nur einer und ich bin Erster geworden. Jawohl! Hat funktioniert. Habt ihr noch weitere Ideen für verrückte Item-Kombinationen? Dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Denn ihr wisst ja.